Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 mit Camo Pixel. Schön, dass ihr dabei seid. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir sind im Flughafen Morgentown auf den Spuren der Aufseherin. Wir haben uns durch die Horde der Verbrannten gekämpft, sind bis hierhin gekommen, wo wir den Herren hier getroffen haben. Don'trell Haynes. Und wir schauen jetzt weiter, welche Spuren uns von der Aufseherin hier hinterlassen wurden. Okay, mehr will er uns nicht sagen. Das glaube ich nicht. Warum setze ich mal hin? Du musst ziemlich gut sein, wenn du an den Mutanten vorbeigekommen bist. Willst du den Gefallenen deine Ehre erweisen? Wer bist du? Ich heiße Don'trell. Don'trell Haynes. Ich habe hier irgendwo einen Bruder. Oder vielleicht auch woanders. Ich weiß nur, dass er einer dieser Responder war. Wollte nach ihm sehen. Kam wohl ein paar Jahre zu spät. Jetzt trete ich nur auf der Stelle während der Krebs. Mich von innen auffräst. Letztendlich kann niemand seinem Schicksal entgehen. Wir alle enden als Wurmfutter. Darum müssen wir dafür sorgen, dass unser Leben etwas zählt, würde ich sagen. Genau das würde Markus wohl auch sagen. Ich habe auf mich aufgepasst. Ich lebe noch. Und er ist schon längst tot. Hat sein Leben etwas gezählt? Ich weiß es wirklich nicht. Er und die anderen Responder haben viele gerettet. Aber letztendlich starben alle. Sie sind nur noch Staub und Erinnerungen. Und selbst die werden vergeben. Aber ich schätze, du hast dir genug von meinem Gefahrsel angehört. Was kann ich, alter Mann, für dich tun? Mir deine Sachen zu geben. Nein, das machen wir nicht. Beantwortest du mir ein paar Fragen? Was möchtest du wissen? Wir brauchen alle Leute in der Warnung am Flughafen morgen. Ähm. Was erzähl mir mehr über die Responder? Das waren Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. Laut Markus gute Leute. Sie haben sich nach Kräften und anderen Menschen gekümmert. Soweit ich weiß, war das ihre Basis. Sie wurden von diesen Dingern in den Gängen gewarnt. Aber ein paar Leichen gefunden und eine kleine Gedenkstätte errichtet. Es gab eine Frau namens Chavez. Auf dem Kartentisch ist ein Holoband von ihr. Klingt nach letzten Worten. So lang bin ich noch nicht hier. Mehr weiß ich nicht. Okay, das gibt uns schon ein paar Infos. Was weißt du noch über diese Gegend? Ich weiß, dass es ein zerstörtes Ödland mit hunderten Biestern ist, die einen fressen wollen. So ist es besser. Weniger Lärm, weniger Wirbel. Nur Echos. Die Natur holt sich alles zurück. Irgendwann wird niemand mehr wissen, dass hier eine Stadt war. Aber erstmal gibt es hier den Bahnhof mit dem Roboter, der dir Vorräte verkaufen kann. Auf dem Betriebshof südlich davon könntest du Material finden. Und Morgentown, auf der anderen Seite des Schlosses. Da gibt es bestimmt auch viel nützliches Zeug, wenn du überlebst. Verstehe. Karte wurde aktualisiert. Hier ist es gefährlich. Warum bleibst du trotzdem? Ich glaube, es ist egal, wie gefährlich dieser Ort ist. Wenn mich keiner dieser Mutanten erledigt, dann halt der Krebs. Aber was mich hier hält, ist wohl das Wissen, dass hier mein Bruder gestorben ist. Nenn mich abergläubisch. Mein Geist soll jedoch nicht allzu lang wandern, um seinen zu finden. Du hast deinen Bruder erwähnt. Fünf Jahre jünger als ich. Star Running Back in der Highschool und gut aussehend. Konnte sich vor der Damenwelt kaum retten. Er folgte mir in die Armee und wurde Militärpolizist. Danach zog er nach Morgentown. Dort ging er zur Polizei. Damals lebte ich in Cincinnati. Wir haben uns per Funk unterhalten. Mehr als einmal wollte er mich dazu bringen, den Respondern beizutreten. Er fehlt mir. Danke für deine Zeit. Don't travel. Und ich teile sie gern. Pass auf dich auf. Vom Tisch hat er geredet. Marias letzte Worte. Mein Name ist Maria Chavez. Und ich werde bald sterben. Die Verbrannten haben unsere Verteidigung durchbrochen. Sie werden uns alle töten. Wenn du das findest, hör bitte genau zu. Man nannte uns die Respondern. Nachdem die Bomben gefallen waren, versuchten wir den Leuten zu helfen. Vielleicht kann ich auch dir noch helfen. Das Terminal in der Nähe. Wenn es noch da ist, benutze es. Finde Informationen über das Impfprojekt. Es könnte dein Leben retten. Scheiße. Sie sind hier. Keine Zeit mehr. Schau aufs Terminal. Finde Informationen über die Verbrannten. Erinnere dich an uns. Und viel Glück. Alle Responder meldet sich bitte beim Flughafen Morgentown. Bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen. Es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Chavez. Ende. Diese Nachfrage wiederholt. Okay, wir müssen Chavez finden. Sie führt uns weiter zu den Respondern. Wir haben in der letzten Folge die Maschinenpistole gefunden. Mal schauen. Wir haben in der letzten Folge die Maschinenpistole. nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Als die normale 10 Millimeter. Was brauchen wir für diese ganzen Sachen? Waffenschmied Rang 2. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall angehen müssen, um unsere Waffen weiter zu verbessern. Was natürlich sehr viel Sinn macht. Mal kurz gerade für die Pumpkan genauso. So. Dann machen wir natürlich unseren Stufenaufstieg. Wir können essbares Gewebe erzeugen. Du schade. Waffenschmied. Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Genau das suchen wir doch. Wofür ist das? Intelligenz, glaube ich. Kann das sein? Nee. Wir brauchen alle Leute. Mehr Strahlung. Und pro Wochen nutzen wir nicht. Erst Hilfe haben wir 1. Und Hacker sind wir schon gerade im maximalen Rang. Dann nehmen wir noch eine Erste Hilfe Karte. Ja. So. Wo ist das? Wehrschütze. Sie schießen. Nicht automatische Gewehre verursachen mehr Schaden. Werden wir mit. Unser Jagdgewehr ist sehr gut. So. Für die Perception nehmen wir den Gewehrschützen mit. Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen Morgentown. Für die Intelligenz nehmen wir den Waffenschmied mit. Dann sind wir bei 6. Improvisierte nehmen wir raus. Und dafür nehmen wir Erste Hilfe rein, die jetzt 45% mehr Gesundheit wiederherstellen. Sehr schön. Nasenmittelgetränke wiegen weniger. Morgentown. Alle Responder melden sich bitte beim Flughafen Morgentown. Morgentown. Rangstionspunkte regenerieren schneller. Die wollen wir mal im Rang erhöhen. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir auch raus. Dafür nehmen wir die höhere Action-Boy mit. Das heißt 30% schnellere AP-Regeneration. Und es bleibt noch ein Punkt übrig. Jetzt für den Anfang nicht automatische Pistolen macht Sinn. Das machen wir auch noch keine. Sehr schön. Eilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Die Nachricht wird wiederholt. Nee. Gegenstände. Waffen. So. Maschinenpistole. Setzen wir auch auf die Favoriten. Das geht mit C. Wir brauchen alle Leute in der Basisat. Jagdgewerbe Pumpkan. Gut. Rüstungen reparieren. Mal schnell gucken. Die sind alle noch in relativ gutem Zustand. Das können wir später einmal machen. Wir brauchen alle Leute in der Basisat. Flughafen Morgentown. Alle Rest von der Welt. Ich würde ja beim Flughafen Morgentown. A-Klammer mitnehmen. Achso. Jetzt sind wir Waffenschmied Stufe 1. Dann gucken wir natürlich noch mal hier nach. Ob wir jetzt eine unserer Waffen verbessern können. Wir fangen mit der Pumpgun an. Wir brauchen alle Leute in der Basisat am Flughafen Morgentown. Das ist alles. Alles Waffenschmied Rang 3. Oder auch Waffenschmied Rang 3. Alles Rang 3. Das ist natürlich extrem krass. Hier auch die größeren Magazine. Hier fehlt uns Kleber und Schraube. Das habe ich doch gesehen. Moment mal. Schraube haben wir hier. Den können wir noch knacken. Die Basis brauchen wir nicht. Klechdose. Wir werden hier ja wohl irgendwo ein bisschen Kleber finden. Auf die Schnelle. So. Wir hatten hier vorne noch eine Tür. Die Treibstoff. Wir müssen trinken. Ein, zwei, drei Mal trinken. Ein Mal, zwei Mal essen. So. Ein Rezept. Und ein Steak. Das nehmen wir mit. Inste Püree. Nehmen wir ausnahmsweise mal mit. Kein Kleber hier drin. Hier hinten war noch eine Tür, die man auch knacken konnte. Schachtel Zigaretten. Hier. Schachtel Zigaretten. Hier. Klammer gebrochen. Eine Responder Leiche. Wir haben sich hier verbarrikadiert. Holobänder. Holobänder. Munition. Bohrstation. Stimpeg. Ja, machen wir später. Vorwärts den ganzen Laden wieder zurücklaufen. Denken wir dran und nehmen irgendwo auf dem Weg mal ein bisschen Kleber mit. Ähnlich herstellen. Ähnlich herstellen. Wir wollen verwerten. So. Hier geht's runter. Zack. Hier sind wir wieder beim Ausgang. Äh, beim Eingang. Bitte beeilt euch. Es lässt nicht gehen. Und jetzt müssen wir die Spur von Schaus nachgehen. Um der Aufseherin auf die Spur zu kommen. Um unsere Informationen für die Raketensilos zu finden. Weil das, was man da im Hintergrund sieht, eine nukleare Explosion in Appalachia, nochmal, können wir nicht gebrauchen. Das ist aktuell unsere Mission. Der gehen wir natürlich nach. Wir wollen natürlich der Aufseherin helfen. So. Jetzt sollen wir irgendwo da hinten aufs Gelände. Oh. Die ist ja auch nett, die Maschinenpistole. Wie laut die halt. Sie kommen. Was liegt die Tower? Hey. Jetzt sollen wir wieder in die Tür rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Outsch. 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 Oh, die kommt doch recht präzise, recht weit. Autsch. Ja, ja, die ganzen Ghule, dass sie jetzt auch Waffen benutzen. So, warum führt uns die Mission jetzt? Wenn wir eine Basel-Pflug haben, habe ich eine Holoband, die ich mir anhören sollte. Das wollen wir nicht machen. Ja, jetzt sollen wir doch wieder da rein. Habe ich nicht wieso. Gerade eben sollten wir raus. Wir haben das Holoband doch gehört. Es fehlt wohl noch ein wunderschönes Holoband. 1, 2, 1, okay, es ist doch auf jeden Fall über uns. Aber wir kennen ja mittlerweile den Weg. Wie schnell die AP auch runter gehen, wenn man nur ein bisschen sprintet. So, hier soll irgendwo ein Holoband sein. Ah, hier. Wir brauchen alle Leute auf der Basis am Flughafen Morgantown. Alle Ressortabellen bitte. Aufseher-Logbuch. Morgantown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten. Was auch immer diese Krankheit ist. Sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Wovon redet sie? Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche. Und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Okay, die Verbrannten sind also gar keine Gule. Wenn ich das richtig verstehe. Ist also kein Opfer der Strahlung, sondern irgendeiner Seuche. Und wie man an dem jetzt hier sieht, diese Kristalle, die da jetzt von innen nach draußen wachsen, enden dann in diesem kompletten versteinerten Zustand, wie er hier. Und es ist eine Seuche, die von irgendeinem Viech übertragen wird. Und auf alle übergehen kann, wie die Aufseherin berichtete. Und davon wurde auch die Chaves angefallen, überfallen. Der ganze Flughafen von diesen Verbrannten. Oh, hier ist sie da. Ja, ja. Wir ziehen auf den Poten. Ich kenn mich, ich renne da wieder rein. Ich bin ein Einzelner. Ich bin ein Einzelner. Ich bin ein Einzelner. die haben und denken dass wir genau klebeband mitnehmen wenn wir es finden das hätten wir dann schon mal und hier haben wir auch eine bank rüstungswertbank da können wir nur wieder rüstung modifizieren wir haben ja auch noch nichts an rezepten freigeschaltet siedler das lager der responder damals gewesen heilige nacht oh gott danke ein paket trinken was hat das jetzt gemacht status effekt gut paket ja es heilt tatsächlich ich dachte jetzt irgendeine seuche bekommen das blut trinken medizin den können wir knacken ist immer gut um erfahrungen zu sammeln vorsichtig bisschen nach metal rüstung links bein die wetter was schon da inspektoren outfit ok gut mal sehen was uns erwartet hier ein bisschen zeit können wir hier plündern alte augenbord hier ist es verschlossen ist da ein bisschen was wertvolles drin toilettenpapier natürlich das muss verschlossen werden seit corona wer weiß es nicht und kühlschrank was haben wir da auch medizin infusionsbeutel denke ich mal sind gut für flüssigkeit mal nachgucken ob es sich lohnt das mitzunehmen in der zukunft dann ist er bei essen und trinken auch nicht ist er bei schrott tatsächlich er begibt plastik advanced responder training das werden wir wahrscheinlich für die frau scharris dann gleich umsetzen essen mal haben trinken mal was ich bin aufgrund von strahlung mutiert das bringt sowohl positiver als auch negative effekte mit sich durch die reinnahme von red way red way besteht eine chance mutationen zu heilen die effekte können wir hier nachsehen wo ist denn unsere wahrscheinlich instabiles isotop chance auf verstrahlen von nahkampf angreifern können die nahkampf einfach verstrahlen vorstelle ich verstehe also bisher bringt uns die verstrahlung kein negativen effekt aber dennoch werde ich nicht gern verstrahlt und nimmt deswegen mal ein red way arztasche munition ein bisschen medizin noch mitnehmen so bekann finden wir hier hinweisen auf die gute schau ist oder die ausseherin eine truhe knacken sehr schön und gucken eine notiz lesen kein bunker so muss man den pennen du weißt das die die wüsste ich jetzt nichts anzufangen heilmittel steck das sind alles materiale in das wir für die unterschiedlichste die unterschiedlichste zwecke verwenden können hier noch medizin achso ich dachte das stimmt das bringt uns ja nur Plastik hier ist noch ein medics das können wir gebrauchen das strahlt jetzt hier vor sich hin so dann die treppe hoch da wird unser unser quest hinweis sein by the way verbrannten hand im glas das sieht ja nett aus da kann man sich zu hause hinstellen hier sind fuß ans verbrannten so der labor terminal informiere dich über das impfprojekt bekannt nein zurück bekannt machen zum impfprojekt wie ihr wisst hat dr hatzen ihre forschung im labor bei avr medical fortgeführt und jetzt hat sie sich gemeldet um uns mitzuteilen dass sie ein bedeutender durchbruch gelungen ist es sieht so aus als würde das impfprojekt gegen die verbrannten solche endlich umgesetzt werden drücken wir die daumen und unterstützen claire mit aller kraft damit sie ihre arbeit abschließen kann unser überleben hängt davon ab jeff nakamura verbrannten forschung brandbestien bei diesem namen denkt man an schreckliche bilder riesiger mutierter fledermäuse die den boden vergiftenden lebewesen in ihre tödlichen sklaven verwandeln zum ersten mal haben wir von den brandbestien durch die stellende bruderschaft erfahren deren soldaten im südosten auf die kreaturen getroffen waren anfangs glaubte niemand dass das was sie beschrieben real sein könnte wir gingen davon aus dass es sich um eine erfundene geschichte handelte um der bruderschaft eine rechtfertigung für das beschlagnahmen unserer munition und vorräte verschaffen wir irrt uns stehe wir haben was geschenkt bekommen somerset special rüstungsdurchdrehung das sind 44er colt revolver sehr schön quest abgeschlossen eine letzte reise mach dich mit dr hatzons forschung vertraut polizisten sonnenbrille responder polizei uniform polizei mütze warte mal was stand da weg ist es kurz mal nachgucken polizei mütze polizei sonnenbrille polizei uniform hoch die wollte weg stecken er ist ja lustig aus aber wir haben unsere ranger rüstung die knarre hier somerset special plus 50 prozent rüstungsdurchdrehung 54 schaden 44 kaliber die tun wir in die favoritenliste da ist sie mit mit sogar einem visier atem anhalten ok und wir haben schon 63 schuss munition die haut also rein wir sollen uns mit dr hatzons forschungsprojekt bekannt machen und dr hatzons forschungsprojekt finden wir nicht da nicht da hier in dieser stadt oder in einem labor was auch immer das ist im süden das bedeutet es geht wieder zurück hier ist eine quarantäne das schauen wir uns alles im nächsten video zusammen an ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video bis bald bis bald